Ich habe jetzt hier leider eine Push-Up benachrichtigung auf meinem Tune, wo meine Frau hat mir geschrieben, dass es heute Abend gebraten am Lachs geht. Ja, ist der schöne Jude, du musst doch den Lachs mitbringen, oder was? Ja, ich glaube, ich nehme den Schlauch und lösche das Feuer. Sofort, also folgendes, wenn wir gleich an der Einsatzstelle ankommen, deine erste Aufgabe wird es sein, dich direkt mit dem Schlauch bereit zu bringen, den vorne so irgendwo, von wo man überall gut hinkommt, also ne, weiß was ich meine, an einem zentralen Ort abzulegen und dir dann Halli, ne, warte, du nimmst den Schlauch und folgst mir einfach, so machen wir das. Hier, so, also. Ah, er steht schon vorher gehabt, aber. Ja, ich nehme den Schlauch, Meister, und komme dir nachher. Okay, aber im Normalfall würde es bei den Schläuchen mehr Sinn machen, habe ich recht, Captain. Jetzt ist der Schlauch ab, oder? Oh, hier vorne brennt es direkt, er geht da schon mal reingucken. Warte, ist gerade ein bisschen tricky hier. Ach, sag, jetzt, Alane. Du hast weiter, du hast weiter die Aufgabe, mir zu folgen. Schau mir jetzt, du bist da vorne, Herr Salamibus. Ich bin nur nicht so schnell mit dem Schlauch hier, das ist ja ein schwerer Schlauch. Du bleibst da auch, glaube ich, erst mal stehen willst, ich mache ja erst mal einen Rundum-Check. Ja, hier ist eine Person, hier, Gebäude-Rückseite, du gehst über die Gebäude-Rückseite. Da, wo sie jetzt auch gerade sind. Genau, wo alle anderen reingehen. Okay, Madal. Gebäude. Was habe ich denn jetzt hier im Weg? Was steht denn der jetzt hier im Weg? Mann! Ich höre schon mal eine Feuer, ne? Ah, Sven, hilf mir. Oh, Madal, da geht's nicht. Er liegt ja auf dem Sack, der soll da jetzt mal weg. Hier, äh, du musst jetzt mal die anderen Räume auch noch absuchen, ob da noch irgendwo eine Person ist. Ich glaube nicht, dass die Kleine hier alleine wohnt. Kann ich nicht, ich kann die Tür nicht aufrichten. Ich habe ja tatsächlich keinen, äh, ja, ich habe ja keine Achse oder so. Ja, wenn die Tür abgeschlossen ist, ich bin sofort wieder bei euch. Ah, hier ist noch eine, Madal, ich habe einen. Da hast du noch einen? Dann, und? Jo, Obf, hab ich jetzt, äh, rausgetragen. Raus da. Jo, gibt's vielleicht eine Ego-Perspektive? Ne, hab ich auch schon geguckt. Hier ist noch eine verschlossene Tür. Scheiße, nee. Das ist gar nicht gut. Wir haben hier hinten eine Durchzündung. Gebäuderückseite haben wir eine Durchzündung. Hier. Hier haben wir eine Durchzündung. Hier, äh, bei mir. Ja, was ist das denn, Durchzündung? Ja, auf einmal echt viel Feuer hinter der verschlossenen Tür. Hinter welcher denn? Gebäuderückseite halt. Soll ich Gebäuderückseite kommen? Ne, du, du, ich, ja, ne, ich hole mir selber einen Schlauch. Da wird ja wohl jetzt kein Mensch mehr drin sein, der Hilfe braucht. Ich hab kein Wasser mehr. Wie, kein Wasser mehr? Das ist alle auf einmal. Wir haben noch... Ich kann kein Wasser mehr schießen. Ach, verdammt. Wir haben keinen Versorgungsschlauch angeschlossen. Außerdem, das Auto von den beiden ist unser. Kann das sein, dass wir hier die Sachen frühen aus dem falschen Auto genommen? Ich seh so, ENG 5 ist unser hier, wo du grad zugange bist. Ja, dann haben wir grad, äh, uns die Sachen aus dem falschen Auto genommen. Ja, Chef, da mach ich jetzt mal kurz... Mach ich jetzt mal Mittag, ne? Ne. Du, Gebäuderückseite, hab ich gesagt, da kannst du dich jetzt hinbewegen. Wasser kommt. Okay. Ich hab doch keinen Überblick mehr jetzt hier. Ich glaub, die sind alle bei dir. Ja, gut, dann bleib du vorne. Falls ihr die alle folgen. Ne, jetzt will ich hin. Also irgendwann. Guck mal beim Nachbarn. Wie, wir haben hier nur einen Hydranten. Das kann doch nicht sein. Ah, warte mal, was ist denn hier? Ah, ja, Wasser läuft. Hier brennt's überall. Ach, meine. Hier brennt alles, ey. Oh, da ist irgendwas Stromfunken sind hier, ne? Oh, das ist nicht gut. Wir müssen, äh... Mach mal Stromauswege, ich weiß nicht. Äh, mach's. Ah, ich hab schon was. Ich muss einfach nur den Schalter umlegen, ne? Ne, der Sicherungskasten. Willst du den suchen, äh, Roby, oder soll ich das machen? Fühlst du dich da schon? Ich weiß ja nicht. Fühlst du dich da schon? Boah. Ja, dann suchen wir uns sich aus. Gucken, ne? Ähm. Hier, Lichtschalter. Aber kann ja sein, dass jetzt voll im Feuer ist, der Sicherungskasten. Wie ist das, oder? Ich meine. Ich versuche... Ja. Versuche hier das Feuer einzudem. Ich glaube, ey, ich hab ihn hier im Kinderzimmer, glaube ich. Kann das sein. Ich guck grad vom Fenster rein. Ja. Ich bin grad im Kinderzimmer möschen. Ob du siehst ihn denn? Ich hab Punkten da gesehen. Ja, wenn die mal da so gepunken ist, dann wird der höchstwahrscheinlich... Die kommt von der nicht hier, der ist gepunken. Ich hab ihn, der war draußen. Ja, dann hab ich... Dann hab ich bei meinem Rundum-Check halt nicht gut aufgepasst. Tut mir leid. Ah. Ich würd sagen, in Zukunft machen wir einfach immer... Einer macht auf jeden Fall einfach mal random. Immer schon mal den Sicherungskasten aus. Kann ja nie schaden. Nee, das war die meine. Im Feuer ist es gelöscht. Ich bin... Komm, komm, komm. Vielen Dank.